Was geht ab, Leute? Ich zeige euch meine Gewinner und meine Überraschungen im Länderspiel-Pausen-Check. Ich bin Kassem, euer Liga-Anzeiger und ich bin ganz fresh zurück aus meinem Urlaub, bin ganz relaxed und ich habe mega Bock auf den dritten Spieltag. Hab da auch ein paar heiße Jungs heute für euch am Start und ich mache es jetzt mal so. Hoodie von Nike, drück mal auf Like, bist du der Babbo, klick mal auf Abo. Let's da go. So, und los geht die Reise heute mit einem spannenden Talent aus dem Leipziger Talentschuppen. El Shaddai, Biciabu, der hatte schon den Wühlbüffel, Bonnyface, ganz schön in Schach gehalten in Leverkusen und hat mit seinen Leipzigern, alle Leverkusener einmal durchatmen, die Invincible-Streak durchbrochen, ja, einmal durch. Sieg in Leverkusen und Biciabu mittendrin, nämlich dank der Rotsperre von Willi Orban, kam er dann ins Spiel und hat das richtig ordentlich gemacht. War nämlich der Innenverteidiger in der defensiven Dreierkette der Leipziger und hatte da Top-Passwerte. Über 91 Prozent, war sehr zweikampfstark, auch das sah richtig gut aus. Und er war versehen mit vielen Klärungsaktionen, auch die kamen ihm zugute. Er grätscht aber beim 2-0 gegen Terrier, der macht das ganz fein da mit der Klinge, da grätscht er daneben. Und deswegen hat er auch den Fehler vor Gegentor bekommen, abgestempelt. Und das ist quasi dann kein perfekter Einstand für ihn, aber ansonsten war der super solide. Ich war richtig happy da mit ihm, richtig cooler Spieler und ja, hat da echt einen super Einstand gefeiert. Die VA-Gruppe hat aktuell nochmal die offensivere Variante drin mit Nusa als Alternative. Wir haben aber in jedem Fall so oder so Biciabu einfach mal im Blick. Und Rose war ganz happy, den darf ich hier noch zitieren. Er hat eigentlich keinen Rhythmus, deswegen hat er das heute herausragend gemacht, auch gegen den Gegenspieler, den er hatte. Ein super Fußballer, das sind richtig geile Worte. Und der junge Mann ist auch gerade mit der U20 von Frankreich unterwegs im Testspiel gewesen gegen die Schweiz, aber dort leider nicht gestartet. Wir haben ihn aber mal fürs Wochenende, trotz alledem, im Blick. Und dann kommen wir zu meinem Platz 4 und da reise ich nach Sinsheim. Hey, passt mir auf mit der Aussprache. Robin Ranasch und Spitzhammer Rani. Let's da go. Die Tschechen-Klicke erweitert sich bei der TSG und der kam relativ spät während der Transferperiode, noch kurz vorm Deadline-Day, für Runde 8 Millionen geholt. Ist ein Top-Neuzugang, Abwehrbereich musste die TSG ja nachlegen und das hat sie gemacht. Und hier kommt die Soforthilfe mit dem Tschechen. Der kam auch am zweiten Spieltag direkt mal rein in Frankfurt, ein bisschen unnankbares Spiel natürlich, aber hat da eine Halbzeit mitgezockt. Ist auch erst seit dem 25. August beim Team und da sehe ich gerade Integration, Spielsystem, bedarf natürlich Zeit. Und da hat Matarazzo jetzt auch genügend, um ihn, ja, den perfekten Platz für ihn zu finden in der Abwehrkette. Er kommt über seine robusten Klärungsaktionen, da ist er richtig gut und er hat immer mal ein cooles Offensivelement in seinem Spiel. Die habe ich auf jeden Fall mal so notiert. Und er ist auch einfach ein gestandener tschechischer Nationalspieler, das müssen wir hier auch nochmal anbringen. Er musste gegen Georgien aber, ja, den ein oder anderen Treffer hinnehmen und die Segel streichen da mit seinem 1 zu 4. War da aber auch der Abwehrchef, sah da nicht so gut aus, aber wir haben den mal jetzt aber für die TSG und perspektivisch auf jeden Fall im Blick. Sollte sich hier zum richtigen, ja, Stammspieler avancieren, auf jeden Fall. Die drei, das ist Salih Özcan und bei dem Überangebot in Dortmund, naja, da musste er noch was machen. Und er hat auch gesagt, hier Leute, ich will spielen. Und er entschied sich dann relativ spät für den VfL und wagt hier den Neustart. Und er kam gegen Kiel auch direkt mal rein für den verletzten Lovro Maier und hat seine Sache ordentlich gemacht. Stabilisierte nämlich dort das Zentrum und sicherte richtig gut ab, nämlich für Maxi Arnold. Der konnte sich dann offensiv ein bisschen entfalten, das sah richtig cool aus. Und jetzt auch mit Blick in Richtung Özcan, Einsatzzeit. Der hat ein gutes Stats-Paket, was er auf jeden Fall schon mal mitbringt. Und er könnte sich da wirklich die ein oder andere Minute ausrechnen. Er hat eine richtig gute Passschärfe, bringt er mit. Besonders defensiv trägt er aber so dort seine Stärken und könnte sich zu einem richtigen Wolfsburger Staubsauger entwickeln. Er ist gerade bei der türkischen Nazio und gut, bekam beim 0-0 gegen Wales leider auch dort die 0, nämlich 0 Spielminuten. Ja, ich finde ihn aber richtig cool für Wolfsburg. Ich glaube, die haben einen richtig coolen Transfer geschossen und bin mal gespannt auf die Einsatzzeit. Da Maier auch jetzt aktuell erstmal ausfällt und bis auf Weiteres könnte der jetzt wirklich echt vier Minuten abknipsen. Also richtig cooler Junge. Dann haben wir die zwei und wir bewegen uns mal ein bisschen offensiver nach vorne. Ebenfalls spät verpflichtet, also die ganzen Bundesligas, die saßen, glaube ich, irgendwie alle da im Pokerraum. Und auf jeden Fall auch die Mainzer, denn Hong kommt hier vom KAA Gent, rund 4 Millionen Ablöse. Und kann der neue Gruder werden, habe ich hier mal in Aussicht gestellt, mit einem Fragezeichen. Bo Henriksen ist auf jeden Fall happy, sieht in ihm den perfekten Spieler für Mainz. Ist offensiv sehr flexibel, kann die 10 bekleiden, die 8 und auch auf den Flügel. Das habe ich nämlich auf der Heatmap gesehen, da wirbelte der nämlich ganz schön über rechts. Ist Linksfuß, also vielleicht so ein kleiner Arjen Robben-Verschnitt. Ob er die Qualität mitbringt, sei jetzt erstmal eingestellt, aber kommt mit Linksfuß über rechts. Das ist auf jeden Fall eine Analogie. Kommt ganz fit nämlich vom Team, hat nämlich bei Gent auch schon die Vorbereitung durchgezockt und auch schon die ersten Spiele gemacht. Deswegen ist der ganz frisch und Stats gefiel mir besonders. Die Pässe, die sahen richtig gut aus, gerade da auch im Offensivbereich. Und da auch die Shot-Creating-Actions, also auch alles, was zu Toren und zu Abschlüssen führt. Da ist er auch richtig stark. Und ist ein Südkoreaner wie Lee. Auch das ist eine coole Komponente, die hier richtig eine coole Synergie schafft. Die könnten sich richtig cool ergänzen. Und der macht ihm bei der Integration ins Team bestimmt auch das einen Tick leichter. Ja, könnte sich auch eine geile Dynamik ergeben. Und der hat auch schon Nazio gezockt, ist aber gerade nicht bei der Nationalmannschaft. Hat aber leider die 0-1-Testspiel-Niederlage gegen SV Darmstadt hinnehmen müssen. Das Tor muss man ihm aber zugute halten. Fiel auch erst kurz nachdem er ausgewechselt wurde. Ja, ich sehe den auf jeden Fall ganz spannend. Und ich könnte mir vorstellen, dass der auch mal im gegnerischen Strafraum mal durchklingelt. Dann heißt es Ding Dong Hong. Ja, ich habe ein paar Honorable Mentions noch dabei. Ich habe Narsanda nämlich gescoutet. Der startete nämlich gegen Bochum. Und den hatten wir im Teamcheck schon mit einem geilen Interview aufgegriffen. Nicht gekommen, um Bankplatz warm zu halten. So hieß es und so hatten wir ihn dort zitiert. Und aha, gegen Bochum. Naja, da hat er nämlich nicht mehr die Bank gewärmt. Da ist er mal schön aufgelaufen. Ist da gestartet. Und es ist der erwartete heiße Zweikampf mit Rocco Reitz. Den hat er erstmal verdrängt. Zumindest schon mal am zweiten Spieltag. Und Sander, was für ihn jetzt spricht, der hat seine Sache richtig gut gemacht. Deswegen bleibt das hier weiter heiß. Und wir haben ihn aktuell auch vorne für das nächste Spiel am Spieltag 3. Und da geht es nämlich gegen den VfB Stuttgart. Also auch da könnte er auch überraschen. Und ich habe ihn erstmal als Überraschung, weil er ist überraschend gestartet in Bochum. Und aber auch Gewinner, weil er hat seine Chance genutzt. Deswegen ist er hier einfach mal 2 in 1. Er nimmt das hier Format sehr, sehr ernst. So, dann haben wir den Albtraum-Start für den VfB. Das muss er leider auch sagen. Ermedin Demirovic. Eigentlich mit dem perfekten Start für sich. Denn spektakulär packt er da so einen halben Seitfallzieher-Superstart aus. Supertor einfach gemacht. Und ja, das war es früher 1-0 am ersten Spieltag. Und dann gab es drei Kisten hinten rein. Also 1-3. Und auch beim 3-3 zu Hause gegen Mainz. Der Must-Needed-Win. Auch da kam er erst relativ spät rein. Er hatte nämlich den Pokalspielen auch ganz viele Minuten abgerissen. Ja, und jetzt, wenn man sich mal die Managerspiele anguckt, kann man schon beobachten, dass einige den schon verkaufen und da eventuell nicht mehr das Potenzial sehen. Traf jetzt aber bei der Nationalmannschaft gegen Holland. Spiel ging verloren, muss man dazu sagen. Aber der Junge bleibt weiter heiß. Sichert sich sein Selbstvertrauen. Und ja, wird bei den Schwaben auch wieder schnell zünden müssen. Denn die brauchen ganz fix die ersten drei Punkte, die ersten drei Zähler in der Bundesliga. Von daher ist er für mich auch weiterhin ein Gewinner, der weiterhin heiß bleibt in der Spur. Ich habe hier noch Matze Ginter. Matthias Ginter, er ist zurückfinal operiert, wurde er an seiner Achilles-Szene. Und ja, das war ganz schön bitter. Ab dem 27. Spieltag der letzten Saison verpasste er alle Spiele. Das war ganz schön heftig. Und ja, kommt jetzt aber langsam zurück. Und ich bin ganz gespannt, wie der sich jetzt machen wird. Max Rosenfeld hat ihn auf jeden Fall super gut vertreten. Wir erwarten jetzt aber Matze Ginter nach der Länderspielpause wieder vorne. Er sollte in der Konferenz gegen den VfL Bochum auch schon wieder im Start-Ranking sein. So, und dann kommen wir im Ranking hier auf meine Nummer 1. Und das ist Rami Benzebaini. Und er ist auch der Mann, der Einzelgeier aus meinem Ranking, der mit seiner Nationalmannschaft nämlich auch richtig erfolgreich ist. Das schauen wir uns nämlich gleich mal hier an. Und der Typ ist richtig in shape. Also der gefiel mir schon in der Vorbereitung richtig gut. Hat auch richtig gut gespielt gegen Aston Villa. Und auch wenn Niki Süle da während der Vorbereitung so 1-2% doch besser war, kam er jetzt auch für eben jenen in Bremen rein zur 57. Minute. Und ja, könnte sich jetzt wirklich ein bisschen verankern gerade, weil Schlotterbeck kam noch einen Tick zu spät gegen ein Jinmar, der ist nämlich durchgestartet, sah gelb-rot und ist gesperrt nämlich im nächsten Spiel gegen Heidenheim am Freitag, den 13. Gut merken. Und ja, gelb-rot vom Platz. Und realtaktisch hat Rami sich linker IV eingeordnet. Ein Matcher ging dann nach innen. Und diese linke IV-Position, die könnte er nämlich auch gegen Heidenheim bekleiden, deswegen. Und er wurde umfunktioniert. Gerade unter Nuri nicht nur die Schiene und nicht nur der Linksverteidiger, sondern er ist jetzt auch innen zu finden. Und das ist wirklich eine spannende Komponente, die sich hier gerade entwickelt. Er hat sogar für Algerien dort auch gespielt, in der linken IV, in der Viererkette. Und ja, beim 2-0 gegen Equatorial Guinea sah er auch richtig gut aus. Hat dann ein richtig starkes Spiel gemacht, durchgezockt. Und der kommt auf jeden Fall super heiß zur Mannschaft dazu. Wie würde es ein Rapper sagen? Stammspieler wie Benzema. Er rollt gerade wie ein Benzabra. Also Rami Benzabraini auf jeden Fall. Ganz spannender Mann. Ihr Lieben, das waren meine Überraschungen und meine Gewinner während der Länderspielpause. Schreibt mir mal euren Gewinner rein, eure Überraschungen. Bin ich ganz heiß drauf. Können wir uns glaube ich ganz gut ergänzen. Dann wünsche ich euch einen schicken Wochenstart. Und sag einfach nur... Tschi!